Ich bin Gerald Arthur Ockley und für Sie Jerry. Wer hat Lambert getötet? Sie ganz sicher nicht. Vorwärts. Nein. Sie sind noch ein Anfänger. Aber vielleicht interessiert es Sie, wenn ich Ihnen als Anfänger sage, dass wir schon seit drei Meilen verfolgt werden von einem beigen 3,8er Jaguar. Seit vier Meilen und es ist ein Daimler. Ja? Gerald Arthur Ockley. Nicht ganz richtig. Wir müssen Sie bitten, uns zu begleiten. Jetzt mal halb lang. Das ist doch ein bisschen zu primitiv. Bis es Ihnen klar wäre, dass ich nichts weiß, hat er mich glatt vermöbelt. Sie sind doch ein kultivierter Schurke. Äh, was ist mit Drogen? Dies Wahrheitszeug, die gute alte Pentolmasche. Bearbeiten Sie meine Psyche, aber lassen Sie meinen Körper in Ruhe. Wer sind Sie? Halt deine Schnauze, Ockley. Ockley. Ohne wie. Ganz einfach Ockley. Ja, aber nennen Sie mich ruhig Wortley. Ich bin der, der wie immer in die... Natürlich.